Hallo, herzlich willkommen bei uns an Bord auf meinem letzten Flug nach Los Angeles mit mir im Cockpit Kapitän Rainer Lange und Senior First Officer Matthias Bauer. Sie sollen heute dabei sein, mal sehen was wir alles gemeinsam erleben hier während des Fluges und natürlich dort an unserem freien Tag werden wir uns einiges Interessante anschauen. Schön, dass ihr mit dabei sind. Ich freue mich sehr. Ja, Matthias zu unserer Zusammenarbeit. Wir machen so wie wir es gelernt haben und wir passen gut aufeinander auf. Okay. Ja, da können wir auch das Briefing schon mal machen. Ja. Ja, das gibt auf der Runway 2-5-Ride die B-Boss 7 Golf. Das geht bis 800 Fuß oder 5 Meilen Frankfurt, Freight, whichever is later. Und dann rechts rum 276, in case of engine failure, geradeaus 25 Meilen. Wir climben dann auf 5000, da sind wir safe. Ja. Und da sind wir doch heute reichlich schwer, müssen wir ein bisschen was dampen. Alles klar. Ja, zum Startabbruch ziemlich ausgereizter Take-off, das heißt mit zunehmender Geschwindigkeit nehmen die Gründe rapide ab, weshalb ich den Start abbreche. Am Ende ist es dann wirklich nur noch engine fire failure oder not flyable. Okay, gut. So, hinten ist auch fast zu. Das sieht ja gut aus. So, hier ist nochmal ein Wetter. Ja. Ja. 2016, light snow, variable at 1. Ja. Minus 2 über minus 4. Minus 2 über minus 4, ja. Ja, gut. Ja, von uns aus könnte es losgehen. 45 ist Schedule, ne? Ja, das werden wir nicht schaffen. Ne. Ja, okay. Der Cockpit-Checklist, bitte. Gippins. Removed. Tito-Static. Checked. Oxygen. Checked. Checked. Ultimators. 1 0 1 6 360. 1 0 1 6 360. Auto Brakes. Auto Brakes, RTO. Fuel. 117 Tons. Fuel Control. Cut-off. Passenger Signs. Passenger Signs on. Cockpit-Checklist completed. So, ich bin mal aus allem raus, ne? Ja, alles klar. Ansage. Ein recht schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ihr Kapitän, mein Name ist Norbert Wölfle. Ich begrüße Sie ganz herzlich an Bord auf unserem Fluge nach Los Angeles. Mit mir im Cockpit Kapitän Rainer Lange und Senior First Officer Matthias Bauer. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind und ich hoffe, Sie werden sich wohlfühlen bei uns an Bord. Wir sind in Kürze mit allen Vorbereitungen fertig und dann wird es auch losgehen. Allerdings, aufgrund der Wetterlage müssen wir das Flugzeug noch enteisen und es wird ein paar Minuten dauern. Trotzdem rechne ich mit einer pünktlichen Ankunftszeit in Los Angeles und ich werde Sie dann unterwegs über die Details der Flugstrecke informieren. Recht schönen Dank. Ich habe bestimmt schon vier, fünf Jahre nicht mehr enteisen. Ich bin da immer drum herum gekommen. Ich war letzte Woche in Dubai und da musste ich hier auch enteisen. Es gab ein bisschen Delay, aber es war ziemlich heftig an dem Tag mit Flugausfällen und so. Das ist schon gut jetzt, ne? Mit unserem Bergpapier. Ja, ich finde das so gut. Toll, ne? Ja. Das ist richtig, richtig gut. Tschüss. Gorg, bitte im Boden. Ja, bitte. Ja, ihr Boden, kann die Power up? Ja, die kann weg. Okay. Aber wir haben Dorks. Ja. Schreibt da. Dann machen wir mal 15 Grad da hinten rein. Da müssen wir doch irgendwas anmachen. So, meine Damen und Herren, das Flugzeug ist jetzt enteist worden. Wir sind fertig und wird es dann auch losgehen. So, ich habe ein Pack wieder angemacht. Perfekt. Sehen Sie hinter uns was? Ist da was los? Ja, also auf Alpha 19 wurde gerade nicht rausgerückt. Der steht da hinten. Okay. Jetzt haben wir, jetzt wäre es dann schon recht, wenn wir mal dran wären, so langsam. Das ist griften der 456. 456. Dürfen wir hinter dem 321? Ja, ja, stand by. Der ist inbound traffic and one outbound. Expect one more minute. Alles klar. Dann müssten wir dran sein, ne? Griften der 456 after outbound. Sonst Company aber was 321, pushback is approved behind. Offener 456 behind the next, outbound 321, pushback is approved behind. Siehst du den? Ne. Also 1321 ist eben schon raus, war der das? Ne, der rollt von Alpha 1 raus. Der hat schon Triebwerke laufen, ist schon komplett fertig, ca. halben Minute ist er tätig. Wunderbar. Danke. So, Staunungsbesteck brems ist gelöst, pushback beginnt und Triebwerke sind klar zum Anlassen. Jawohl, alles klar, die Blockzeit 25 und den Delay bitte auf das Enteisen. Okay. So, Rentschender 4 and 3 start. Bremse ist gesetzt, Schleppgerät und Steering-Pin bitte entfernen. Okay. Engine 2 and 1 start. Luft Nummer 456, ready to taxi, contact 1175. Luft Nummer 456, taxi 1175. Die laufen gleichmässiger, ne? Flugzeug zum Rollen fertig machen, Freizeichen links. Dankeschön, bis die Tage, tschüss. Ja, tschau. So, die Afterstart-Items. So, Flugtruz. Ja. Ja, er läuft, ich sehe ihn. Frankfurt schon guten Tag, Lufthansa 456, request taxi. Lufthansa 456, guten Tag. Taxi Holding Point 25, right via Golf and Alpha, Mutschallof-Delta-West. Golf and Alpha to Mutschallof-Delta-West, 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 Lufthansa 456. Rechtsfreude. Luftkantla, du Auser-Mobil, follow the following car, 1Q VTUV170. 0 Skandinavien 1637, Bruttag, turn right. Check seat Victor 118. We are assigned to all turn of equity. 3211, deep fire. Skandinavien 1637. Cabin ready? Cabin ready. Wunderbar. Ja. Die Wege sind alle ganz schön frei. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Taxi-Items. Ja, Taxi-Checklist. Taxi-Flaps. Flaps 20. 20, kein Report. Received. Taxi-Checklist completed. Ja, Antiparture Wut hat sich nichts geändert. Endlich Fail ja auch, wie besprochen. Startup hoch ebenso, ne? Genau. Cold-Shot auf Delta West. 010, 200 degrees, 390, 251, Cliff for take-off. 010, Cliff for take-off. 251, Cliff for take-off. 010, 551, Cliff for take-off. 010, Cliff for take-off. 010, Cliff for take-off. Lufthansa 456, taxi-Delta West, Tolt-Shot 251. Lufthansa 456, Delta West, Tolt-Shot 251. Lufthansa 456, Delta West, Tolt-Shot 251. So, Delta West ist hier. Ja. Langley, 1275, test. 1175, nav 202, Tolt-Shot 252. Lufthansa 456, behind me, D-L crux 319, Tolt-Final, Lineup 251, behind. Lufthansa 456 behind, next landing, 319, line up 25 right behind. Ja, take off items. Take off checklist. Take off PECS. PECS 2 and 3 off. Out of water. Armed. Take off data. Confirmed. Confirmed. Wie gerechnet, ne? Ja. Captain 612, right and out, 12175, tschüss. Right and out, 12175, 612, schönen Tag, tschüss. Talt auf. On runway 25 right. Lufthansa 456 behind, 280 degrees, 5 knots. Runway 25 right, cleared for take off, tschüss. Lufthansa 456, cleared for take off, 2-5 right, tschüss. Take off. Take off power set. 80, checked. 80, checked. 80, checked. 80, checked. Rotate. Gear up. Gear up. Gear up. Lufthansa 456, Passing 1.000, Climbing 5.000 Lufthansa 456, Climbing 10, level 7, 0, Highspeed approved Lufthansa 456, Climbing 7, 0, Highspeed departure N-815, Climbing 5.000 N-815, good morning, Climbing 10, Flight level 7, 0 Climbing level 7, 0, N-815 Ja, der linke Autopilot fliegt Lufthansa 456, proceed to BBOS now Lufthansa 456, direct BBOS Schön, Sonne in Sicht Lufthansa 456, Kontaktwahnbrecht, down 132615, inischt. Lufthansa 456, 132615, inischt. Let's go! Ah, it's cool. It's luckier than we are. Delta 791, Levinling, Flight level 310. Delta 791, climb to 50340, redirect to 10. Okay, Flight Level 3, 4, 0, direct 10, Delta, 7, 9, 1 NW 2480, Navigation, direct to London, South NW 456, contact London on 126.780, roger NW 456, 126.780, roger